Die Firma Wenner steht bereits seit dem Jahre 1862 für Kompetenz, Qualität und Innovation rund um den Werkstoff Glas und bietet seine Produkte und Dienstleistungen nicht nur österreichweit, sondern bis in den süddeutschen Raum hinein an. Privat- und Geschäftskunden schätzen die individuelle Gestaltung von Arbeits-, Wohn- und Lebensräumen mit Glas, Metall, Kunststoff und Holz, die nichts dem Zufall überlässt. Die Erfüllung jedes einzelnen Kundenwunsches hat in diesem traditionsreichen Unternehmen oberste Priorität. Glas-Klar Wenner – Bauen, Arbeiten, Wohnen und Gestalten mit Glas